Jo Leute, ich habe gerade eine Abstimmung auf meinem Twitter-Kanal gemacht. Und zwar soll ich jetzt ab jetzt die Jump-Leaks-Videos bitte on-cut machen. Und das mache ich jetzt auch. Außer halt das Vor-Entrupp etc. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Bis gleich. Tschau. Nee, der ist so. Ich zeig den, ich zeig den, ich zeig den. Du zeigst sie. Grafikanstellung. Ja, klar, Alter. Hi Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Video von mir. Und ja, ich hoffe, euch wird das Video jetzt gefallen. Irgendwie mache ich jedes Mal eine andere Ansage. Keine Ahnung warum. Und ja, wir sind auf dem Server, der noch ein bisschen im Aufbau ist. Ihr seht, es regnet gerade. Ist ja auch nicht gerade so optimal. Und wer sich jetzt gerade wundert, warum ich gerade so weit hinten bin. Ich habe nämlich gerade nochmal gemerkt, dass ich noch gar nicht aufgenommen habe. Habe ich alles auf Video. Achso, und dann, ja, dann guckt auf jeden Fall mal bei ihm vorbei. Da siehst du es. Och ja, apropos. Ich spiele hier gerade mit einem weiteren Typen. Also ich spiele jetzt hier gerade mit Extro... Ich spiele mit Extrolic, mit The Trooser. Und ich gggeweilbaum. Okay, nice. Ähm, ja, ihr seht, es regnet. Das ist auch nicht normal. Und der Server ist noch ein bisschen im Aufbau. Und ja, das mag ich eigentlich. Ich mag es eigentlich, ob so Servernstuhl spielen, der noch mal im Aufbau sind, weil man da so schnell YouTuber bekommt. Ach, nein, Spaß. Okay, nein, einfach so, weil... Okay, Markus. Nein, zum Spaß. Einfach, das ist einfach witzig. Junge, ich fall die ganze Zeit runter. Äh, ihr müsst wissen, ich bin Jump League Profi. Oh, nee. Das haben... Äh, nein, im Ernst, äh... Nee, weil ich hab grad Shader reingemacht am Flex zu sein. Hä, du kannst aber richtig gut Jump League eigentlich. Hm? Also, letztes Mal, was ich da gesehen hab, war schon... War schon... War schon nice. Naja. Pfff. War's nur Erster, ne? War ja nicht... War ja nichts Großes. Was denn? Alter. Wenn ich in Jump League Erster wäre, ich würde mich so freuen. Und übrigens, das ist ein kleiner Tipp, man kann die Kiste nur einmal öffnen. Also nicht, dass du denkst, ah, kann ich das nehmen oder nicht nehmen? Gucken, ob ich's hab, dann erst nehmen. Ach. Ach. Gut zu wissen. Ja. Ja, und ich kenn mich in den Maps natürlich super aus, also... Ähm, ich lauf hier grad einfach nur planlos rum. Und schätze, wo ich in... Okay, willst du gucken? Essen, Pfeile, Feuerzeug. Ich hab ne Dia-Ax, ne? Oh, geil, ich hab ne Eisenachs bekommen. Oh, endlich mal. Endlich mal ein bisschen Glück. Okay, und das... Ich bin jetzt bei so einem Schweinebiom oder so. Ich bin jetzt hier... Ja, ich seh das Schweinebiom vor mir. Ja, aber das ist bei jedem unterschiedlich. Bei meinem Nachbar ist ein Lässer-Biom. Mhm. Wo komm, muss ich hier... Ah, okay. Im Ernst, was ist das denn für die Sprung? Ist das Team verboten? Ja, ist es. Okay. Oh, komm, du rechst mich, Süß. Ich würde dich rengen, wenn ich nicht so scheiß Sachen habe. Was hast du denn Verrüstung? Äh, ich hab 5 Rüstungspunkte. Ich hab ähm... Natürlich, die mal kurz meine Sachen... Aber was sind das für Kack-Sprünge? Ich hab äh... Ähm... Sechseinhalb, oder? Weil, keine Ahnung, ich will jetzt nicht so viel Zeit vergolden. Sechseinhalb. Oder ja, sechseinhalb. Muss ja nur einmal kurz gucken. Voll die Zeit vergoldet. Ja, ja, richtig. Ja, ist so, ne? Rauf und dann ins Loch. Und Leute, äh, das ist auch noch wichtig, ihr müsst alle meinen Kanal abonnieren, sonst ihr das Mord soll ich. Ja, klar, das haben wir gerade alles abgemacht, bei der Aufnahme. Also sonst, ihr wisst Bescheid. Oh, ich hab, glaub ich, grad'n Cheat gefunden. Oder es war einfach geplant. Das gibt dir das, das, ich dir das jetzt nicht. Tschüss. Tschüss, wüss. Okay, gut. Okay, Aufnahme ist vorbei, erstmal absprechen. Tschüss. Ist das grad zu ernsthaft? Nein. Ich komm mir jetzt, weil die sind ein Schweine-Biom nicht weiter, Alter. Alter. Ah, ich glaub, ich weiß, ich weiß, warum man eine Kiste nur einmal öffnen kann. Wieso? Weil man ja dann im Runterfallen eine Kiste öffnen könnte. Und dann einfach sich die Sachen snacken kann, obwohl man da noch gar nicht war. Früher hab ich das mal gemacht. Früher ging das. Boah, das Regnen regt so auf, ne? Ach, das ist meine erste Runde Jump League. Äh, nee, meine zweite. Aber meine erste, die ich aufnehme. Weil ich dachte früher, weil ich eigentlich sonst denke, das ist eigentlich total langweilig zum Zugucken. Aber eigentlich ist das ja ganz lol. Jetzt, wie weht hat's auch noch, ey. Der Server ist richtig gut. Ja. Ja, und ich wundere, warum ich meine Sounds ausgestellt hab, ne? Deswegen. Hab ich die ausgestellt. Ich werd sie gleich im Kampf wieder anmachen. Aber jetzt erst mal sind sie aus. Oh, ich spiel die ganze Welt bei diesem Scheiß-Einsprung da. Ich raste aus hier. Gönn dir. Mann! Okay. Leute, nehmt das nicht so. Oh, nehmt ihr eigentlich todernst, Alter. Weil ich raste nämlich wirklich hier aus. Ach ja, man kann kisten. Die Runde wird sowieso nicht, weil... Ich muss mal kurz meine Settings hier. Ich glaub, ich mach einfach das Ding... Nein! Ja. Ich mach einfach das Textoren-Pack raus. Vielleicht hab ich ein bisschen mehr FPS. Ja. Oh. Oh, ja. Oh, ja. Oh, geil, ja. Also meine FPS sind eigentlich relativ konstant. Ich hab auch eingestellt, dass ich immer, ähm, 60 FPS haben soll. Ja, ich hab jetzt 102. Ne, ich würd's auch nicht machen, dass du immer 102 hast, weil das macht deine Videodateien einfach nur unnötig größer. Mann. Nein, aber wenn ich mit 60 FPS, ähm, spiele, dann kann ich halt gar nicht PvP. Hä? Du kannst eh nicht mehr als 60 FPS erkennen. Du erkennst da keinen, da kann man keinen Unterschied erkennen. Wenn es jetzt 60 FPS sind oder 100. Das stimmt, dann kann ich eigentlich immer mit 60 spielen, ne? Ja, ist echt so. Und dann hast du auch viel kleinere Dateien. Und kannst damit besser kappen. Na, ich später. Ich guck jetzt. Mach das. Also ich, ich würd bei Minecraft dir 100 FPS einstellen, aber in deinem Aufnahmepunkt... ...programm dann 60. Genau. Ja, hab ich auch schon, hab ich auch schon. Ach so, Leute, muss man eigentlich auf YouTube, äh, also mal an die Spezies an euch, muss man bei YouTube eigentlich einstellen, wenn die Videos auf 60 FPS sind? Oder ist das schon am Anfang so? Weil ich nehm mir die ganze Zeit mit 60 FPS auf und es kann sein, ich verliere die ganze Zeit. Du musst aber auch mal mit 60 FPS rendern, weil ich hab auch mal mit 60 FPS auf 60 FPS gerendert. Ja, ich bin nicht blöd, ne. Sicher? Ne, ich ganz. Ich hasse diesen Server. Ja. Gönn dir. Geh doch. Ey, du bist vor mir. Was? Weißt du auch gerade bei diesem Schweinebiom? Ja, ich bin gerade beim Schweinebiom. Oh, bist du auch immer dabei? Und das regt einen auf! Bist du bei diesem Sprung da immer nach der Leiter da halt? Ja. Ja, ich auch. Ne, ich bin nicht nach der Leiter, sondern nach dem Scheißzaunen. Wenn du da auf der Leiter warst und dann da hoch gehst. Wenn du, ich sag mal, auf diesen einen Block springst, wo eine Leiter drauf ist. Ja. Also da, wo einfach nur der einzelne Block ist und da ist eine Leiter an der Seite und eine oben drauf. Okay. Ja, ja. Ach, den meinst... EIN APLAUS! Danke. Das brauchte ich jetzt. Nein! Du bist schon reichst. Ich hasse diese Scheiße. So, jetzt werde ich einfach... Das hier ist... Das hier ist keine Dating-Website. Oh, fuck. Ich habe irgendwas gemacht, dass ich jetzt die ganze Zeit gerade auslaufe. Ich weiß, dass der Chat kommt hier einen Chatverlauf an. Oh, mein Gott. Ich... Ne, die Chatverläufe sind hier mal richtig kacke. Ja, Minecraft halt, ne? Pff, Minecraft-Community einfach. Kann ich dich adden als Maul, was? XX Chaos. XX. So, jetzt reicht's. Jetzt ganz konzentriert. Ganz konzentriert jetzt hier. Ganz konzentriert. Kann ich mal wieder die Schrauszeiten? Oh, ich hab' ne Kiste bekommen. Oh, das hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. Zwei Goldäfel. Nice. Ja. Ich schwör' mein Leben. Ne, kann nicht. Alter, wenn ich das aufregt. Alter, nicht in dem Ton. Okay. Was ist das? Nein! Nein! Warum kann das Regen? Scheiß, Drecks Regen nicht aufhören. Wieso? Was hat der Regen mit dem Sprung, mit dem Spring zu tun? Nee. Alles. Mich stört er nicht? Mich schon. Weil ich 60 FPS hab' und da sich der so, so geil bewegt. Oh, yeah. Jetzt hat's schon mal Tralala. Okay, jetzt hören wir auf. Jetzt, jetzt, jetzt sind wir mal wieder ernste Minecraft-Spieler. Okay, dann hab' ich das hier. Okay, dann hab' ich das. Okay, wie ernst, ja? Ernster Minecraft-Spieler. Oh, ich hab' den Sprung geschafft. Ich hab' schon wieder richtig Bock, das zu cutten, weil ich jedes Mal, wenn ich meine Videos cutte, mir echt immer ein Lachflash über mich selber zu bekommen, wirklich. Oh, 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 oh. Weil ich immer denke, warum hast du denn nichts auf? Das ist kein Schwein, das ist doch, das ist ein Superschwein. Wo ist dann bitte ein Superschwein? Und, Alter, Alter, ich hab' das Schwein-Biom-Ding da geschafft. Im Ernst? Ja, bin ich gut. Jo. Ja. Boah, ich hasse diesen Sprung. Gönn dir Ebola. Okay. Okay, jetzt hör' mir auf. Geht Ebola, geht Ebola, geht Ebola. Okay, das Geile ist, die anderen sind auch nicht gerade gut. Okay, der ist auch gut. Dieser Chaos, Alter, der geht ja richtig ab. Ach, egal. Jetzt ist mir, jetzt ist mir egal, ehrlich gesagt. Jetzt ist 20 Sekunden, ich werd' mal wieder sterben. Beste Aufnahme. Ich hasse dieses Spiel. Wie kann man Jump'n'Runs können? Wer das kann, ist Jump'n'Run-Profi. Oh. Wie unerwartet. Oh, Mann. Okay. Das hier ist auch keine Sehnsorge. Wenn das hier einfach mal alles... Was ist besser? Kettenhose oder Goldhose? Weiß ich nicht. Ich muss jetzt echt camp jetzt. Ich bin voller Camper, Alter. Was will das denn? Spannendste Aufnahme. Jetzt, äh, ich mach' einfach mal Ketten. Äh, was meinst du? Was hast du gesagt? Ob Kettenhose besser ist oder, ähm, Goldhose? Ähm, Ketten. Ketten. Okay. Okay, einer hat schon mal Leben weniger. Ein Gegner weniger. Nice. Hey, kommt man nicht hier irgendwie out of map? Ich hab' hier mal ein Video gesehen, wie man out of map kommt. Ja, ich kenn' das. Ja, komm, gib deine übertriebenen... Äh, Hacki? Ja, die Team! Komm, die Team auch. Die Team auch. Ja, okay. Nein! XX Chaos, XX ist da. XX Chaos, XX. Und der hackt, glaub' ich. Nein, schnell! Oh, Mann, jetzt hab' ich mir den Goldabfühl umsonst genommen. Hack dir? Hm, hm. Hab' mich vertan. Hey, lol, der backt rum. Das bist du, ich still dich, ne? Also, ich greif' dich einfach an. Nein! Hallo, die anderen Team noch auch! Team ist verboten! Die anderen Team noch auch! Aufhin, 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 aufhin! Mach' ich. Nee, der ist so. Hack dir, ich zeig' dir, ich zeig' dir, ich zeig' dir, ich zeig' dir. Du zeig' sie. Grafikeinstellungen. Ja, klar, alter! Ich stell' dir erstmal mal in Sichtweite auf Tiny, das ist nett, egal. Hä, warum haben die anderen 29 Leben? Oder 50? Okay. Warum hat der 50 Leben, hallo? Der 50 Leben? Luft, bei dem was? Nee, keine, nein, nein, keine Sorge, das ist nur so'n Back. Also, die Leben, also Chaos hat drei Leben, Chaos scheinen die ganze Zeit zu campen. Ja, nee, der hat mich verstanden. Chaos ist haut auf, nee, das bist du auch so, okay. Ich bin halt auf mit, alter. Lix ja auch doch mit. Da kommt einer, da kommt Chaos, da kommt Chaos. Da kommt Chaos, helf mir, helf mir, helf mir, helf. Weil, ich geh, ich komm, ich komm, ich komm. Auf Chaos! Hack der? Hey, nicht mich angreifen. Ja, der hackt. Der hat mich auch grad schon zerhackt. Chaos killt mich, Chaos killt mich. Ich bin down, ja, gute Runde. Oh, mein Mikrofon schlägt mal wieder aus. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Digga, die Runde können sogar noch was werden. Chaos hat noch zwei Leben. Ah, der hackt. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ja, hallo, der hat zwei Leben und du hast schlechteres Equip. So, ich hab, äh, wohl, schlechter hab ich gar nicht. Ja, aber wenn er hackt, dann ist es ein bisschen schwer. Ja, ja, eben. Ah. Jump liegt, das frustriert einfach nur. Das Mikrofon schlägtest du mich eigentlich? Ja, warte. Jetzt. Soll ich sagen, wo der ist? Kannst du ihn überraschen? Ja, groß einfach, sicher. Dann kannst du ihn überraschen. Er ist gerade bei... Äh, bei so einem Haus. Keine Ahnung. Lauf ich in die richtige Richtung? Achso, da, ich seh ihn, ich seh ihn. Okay. Überrasch ihn. Nein, okay, er gibt dir, er gibt dir richtig. Alter, wie er dir gibt. What the fuck? Nein, achso, er kommt direkt. Renn weg, renn weg, renn weg. Ich hab ihn gesehen, ich muss regnen, ich muss regnen, ich muss regnen. Ja, renn die ganze Zeit weg. Hast du genug, äh, Essen? Nein, nein, ich muss regnen. Ja, ich hab Essen, aber ich muss regnen. Okay, dann renn einfach die ganze Zeit weg. Sag mir Bescheid, kann ich essen? Nein, nein, will ich nicht machen. Versuch noch Ecken, immer nimm die Ecken immer ganz scharf. Hast du es gesehen? Hast du gegessen? Nein, ich laufe einfach so gegen die Wand. Ist er hinter mir? Ja, ist er und zwar richtig. Nimm die Ecken scharf, nimm die Ecken scharf. Das war dumm. Das war dumm. Oh, Mann. Na, egal, zweiter GG. GG, der eckt nicht. Nee, der hat nicht geheckt. Hat mein erstes Server closed. Okay. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte eine positive Wertung da und guckt mal bei Gergulas aka... Aka the true vorbei. Und ja, Link ist natürlich... Link ist natürlich in der Beschreibung. Oh, hier seht ihr meine ganzen Server. Also, Leute, wenn ihr mal auf irgendwelche Server gehen wollt, die ich schon alle zergrieved, zerhackt habe, geht einfach mal hier drauf. Tschüss. Ciao. Oh Gott, was war die schlimmste Aufnahme in meinem Leben. Das war so kacke.